Amaro ist ein Design Leader in seinem Segment, der edelste Pick-up in seiner Klasse. Das Auto ist super erhaben in jeder Situation, meistert alle Situationen spielerisch. Und das ist schon toll, das zu sehen, weil er wirklich damit die große Tradition des Amaroks fortsetzt. Genau die Anforderungen, die die Kunden gerne haben wollen. Du kannst mit dem Auto zum Essen fahren, du kannst es auf der Baustelle benutzen. Das Auto ist immer da und ist ein guter Begleiter. Das Thema Nutzlast, sei es hinten auch der Pritsche oder auch Anhängelast, Aufbrotfähigkeit. Ich habe Langstreckenanforderungen, also Flexibilität, die ich dann brauche. Und überall da brauche ich genau solche Fahrzeuge. Das Fahrzeug kann klettern, das Fahrzeug kann Flüsse durchqueren, das Fahrzeug kann wirklich arbeiten. Der Amarok ist ein Biest, der Amarok ist tough. Vom Fahrwerk und von der Fahrdynamik ein richtig tolles Auto geworden.